Auf geht's Nürnberg! Auf geht's Nürnberg! Servus Leute, willkommen zum Spiel zur Stimme Heidelberger TV und dem TSV 1846 Nürnberg. Die beiden Teams laufen heute mit folgenden Aufstellungen auf. Unsere Gäste aus Nürnberg auf der Nummer 1. Auf der Nummer 2. Egerer. Auf der Nummer 3. Whitney. Auf der Nummer 4. Storch. Auf der Nummer 5. Haas. Auf der Nummer 6. Peter. Auf der Nummer 7. Stief. Auf der Nummer 8. Kurt. Auf der Nummer 9. Gabi Dawa. Auf der Nummer 10. Miles. Der Kapitän. Auf der Nummer 11. Winderl. Auf der Nummer 12. Kaden. Auf der Nummer 13. Ben. Auf der Nummer 14. Lutz. Auf der Nummer 15. Trabin. Was will irgendeiner von euch machen. Auf der Auswechselbank sind Rot. Koch. Und Zaki Lidis. Der HTV läuft heute auf. Auf der Nummer 1. Mit Pietro Conti. Auf der Nummer 2. Mauro Marini. Auf der Nummer 3. Niklas Heiß. Auf der Nummer 4. Jannis Kruse. Auf der Nummer 5. Auf der Nummer 5. Tibor Kühnhold. Auf der Nummer 6. Francesco Trento. Auf der Nummer 7. Marc Samstar. Auf der Nummer 8. Teira Davidsson. Auf der Nummer 9. Marco Dörzbacher. Der Kapitän. Auf der Nummer 10. Janosch Ringle. Auf der Nummer 11. Johannes Bahnsteiner. Auf der Nummer 12. Ben Scherrer. Auf der Nummer 13. Julian Ionasku. Auf der Nummer 14. Emil Bränden. Auf der Nummer 15. Alexander Warte. Auf der Bank sitzen Patrick Herwey. Sebastian Schumacher. Daniel Arthur. Sidney Tawara. Stefan Brien. Und Benjamin Salz. Viel Spaß beim Spiel. Danke. Danke. Na bitte. Aber wir brauchen uns einfach. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. Rente links! Rente links! Rente links! Rente links! Rente links! Runde Weg! Auf den Ball! Auf den Ball! Ja gut! Ja, schau mal der Sau, schau mal der Sau! Ja, ja! Schön da, Johnny! So, da macht er ohne Kippen zu, oder? Ja, in dem Fall, da kippt er. Aber warum ohne Kippen? Ich hab da das... 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 Das. 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 Danke, Henry. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das... Jetzt. Aus Klausenberg. Null, dreg, vier, neun, hopp! Null, dreg, vier, neun, hopp! Null, dreg, vier, neun, hopp! Das ist ein guter Reignis! Auf den Stürmer! Er zeigt in die Richtung, wie der Ball gestoßen ist. Also ATV hat ihn... Lass ihn rückwärts gehen! 1 2 4 6 2 10 10 1 11 1 1 2 1 2 2 Das war's für heute. Ja, zu ich! Ja, nur schneuern! Kommt bei mir! Kommt bei mir! Leadschiepe! Leadschiepe! Wurde! Klappe! Klappe! Wurde! 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 Ja, bringt Wasser rein! Klappe! Wurde! Er bringt Wasser rein! Vielen Dank. Was baust du denn? Da hat der VG in der fünften Minute durch einen Versuch durch unsere Prinzessin in Führung, die Erhöhung glück auch, 7 zu 0. Die Erhöhung steht zumindest im Klubchen. 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 Die Erhöhung steht also im Klubchen. 2. 3. Flanker. Wing. Lang und weglaufen. Bleib schon weiter. Bei einem weißen Hemd. Ja, und mit Krawatte auf. Zwei, Zwei-Zwei. Ich weiß, das ist praktisch. immensely, sehr vereint. Danke, danke! Aber gut. Gnade. Wasser, oder? Wasser rein! Oskar! Tee! Kann er pushna? Rico, ne? PITERUAC Bravo, Rico! In der 10. Minute gleich Nullmerk aus zum 7 zu 7. Schiff, schiff links, links, links. Links, links, links. Jetzt Kiebe, kiebe, kiebe! Halt! 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 Pferd 적! Afgung! Woffen noch mal! High! Mofian Pferd! Ab Blasgh! Das war's für heute. 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 Und... Das war's für heute. Und... Und... ... 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 Das war's für heute. Wir wollten heute... ...hä? Äh, weil... Wir wollten sagen, ob der Punkt fertig ist oder ob wir wollten... ...weil wir heute... ...aber... ...ja, ja, was weiß ich... ...ha? ...hä? Ja, das war nicht... ...ja, das fängt nicht so weit zu sein, aber... ...nach, ja... ...wann ist ja gut... Auf... Wieder 10 zurück Gasse, Jungs! Gasse, Gegner, Gasse! Kick, kick, kick! Und go, Kota! Boys, crush it now, crush it, please! Hey, Kota, out! Hey, Jungs! Ich bin gut, okay? Jason! Zauber, Hannes! Zauber! Und roll! Malou! Malou! Only Malou! Auf geht's alles! Null, acht, fünf, drei, hoch! Auf geht's der HTV, die sind schon am Ende! Hier! Big words! Come on! Auf geht's! Auf geht's! Ja! Immer noch! Schöner Contest, Jungs! Schöner Contest! Schöner Contest! Gleiches noch mal! Aus! 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 Ich bin bereit für deinen Einsatz! So wie die vorwärts spielen! Ich bin bereit für deinen Einsatz! Ja! So wie die vorwärts spielen! Ja! Wir machen halt keinen Meter! Ja! 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 Jet d簽id! Ja! 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 Derist dich. Und's stimmt! . 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 Zur Halbzeit legt der ATV noch einen Versuch durch M-Dots, den auch gleich selbst erhöht, 17.10. Auf geht's, Nürnberg! Auf geht's! Flo, James, Schritt zur Seite. Danke. Da muss ich ungefähr fünf Leute, fünf Leute sagen. So geht's auch. Eure Gasse, kommt heute! Eure Gasse! Eure Gasse! Eure Gasse! Eure Gasse! Eure Gasse! Ja. Okay, Coach. Rein. Sitz. Sitz, sitz, sitz. Jawohl, gut. Vielen Dank. 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 Ja, nein. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß, dass... ... 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